Ja, verkrampftes Match noch gewonnen, ey. Schnell dampfen, da geht's ja wieder. Heiß her bestimmt gleich. Wollen wir mal schauen, wie die zusammengebastelte Mannschaft hier ist. Weil, der Spieler wird natürlich nicht schlecht sein. Das wäre ja nicht auch schon im Halbfinale. Oh, zu weit, oder? Oh, beste Spieler und versaut. Ach, fuck. Nicht vermasseln, Halbfinale. Äh, der sollte nach oben gehen, der Prass. Da kommt er an den Ball. Nice. Uha. Uha, er rennt nicht zum Ball. Das war dumm. Und dass ich den bekommen hab. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Dem hier Ball. Oh. Macht ihr da, Jungs. Das wäre ein richtig verkrampftes Spiel. Weiß ich jetzt schon. Beziehungsweise verkrampftes Match. Ich könnte sagen, ich flach pass wieder. Das endet meistens böse, wenn der Torwart das macht. Hau ab. Slow die Aufbauspiel. Äh, aber nicht so. Aber er hat auch viel Pass gemacht. Der hat aber auch eine Abwehr. Äh. Das war dumm. Richtig hohli. Hungry moly. Ach, Mann. Ist das denn? Ach, der... Der Leihspieler ist das. Ich dachte, hä? Ach, komm. Das wär' wieder nix, oder? Ach, wär' der durchgegangen. Immer dran denken. Das K.O.-System. Welches rauskriegt? Vollfunkidio hat er gar nicht gemacht. Hey, das ist das System, ey. Du mich auch. Ist das ein Scheißernst, ey? Dumme Sau. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Ich finde mal schon bei Turniergegnern geht's so wieder los, ey. Ja, er ist Hacke. Da, was ist das? Er ist dann gleich 2 Uhr hinterher. Verarschen. Kein Michalain. Da zieht er ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Über die Torauslinie, Ecke. Come on. Das wird gefährlich. Der Ball ist weg. Abstoß. Sarabia. Sarabia. Er steht gut und hat den Ball. Ach, was ist das denn? Das Movement hier. So für'n Arsch. Der Ball hält er gut. Schön, weg dann mal. Zum Rennen gemacht und das war gar nicht so einfach. Was? Das war denn jetzt schon wieder verkehrt. Hier kommt der Freistoß. Der Ball geht in die Mauer. Auf ne Ecke. Der Ball geht ins Haus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Mitzio heißt der. Mitzio. Oh, nicht Gretchen. Oha, der hätte fast was draussen machen können. Scheiße, ey. Dass man zurückliegt. Kaum Ballbesitz jetzt gerade. Geht schon wieder los. Hä? Was machen die denn? Ah, super. Da steht ein Gegner, ey. Gibt das denn schon wieder? Oh, nice. Super. Wo war das denn super? Komm mal zum Nächsten. Aber der war wird abgeblockt. Zur Ecke abgewehrt. Er passt gleich wieder zum Gegner. Nice. Das ist zu lahm. Der kann aber gut schießen. gleich mit dieser Ecke. Oh, nee. Oh, nee. Ey, wo passt der denn hin? Der sollte noch unten, habe ich gedrückt. Der Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Ach, ja, ey. Das ist so hohl, ey. Besser noch viel Passen möchte ich wieder machen hier im Torbereich. Ah. Komm, komm. Richtig auf Krampf gerade, ey. Ups. Er hat umgeboxt. Ach, nee, ne. Guck mal, wie lahm er ist. Dieses Spiel. Das Tor macht der Käpt'n. Gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne nochmal drauf. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Da, dieses Passsystem. Weg, 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 weg. Klasse, er bleibt dran und holt sich den Ball wieder. Es bringt nichts. Es bringt aber nichts. Da, er passt nicht ab. Passt nicht ab, spielt nicht ab. Komm, schieß. Da, oh, zum Schuss angesetzt und dann sowas wieder, ey. Das ist... Fuck you, ey. Och, Mann, nun. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Ja. Boah. So, jetzt gibt's natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Toller Treffer, da kann die Ecke perfekt rein. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Da geht noch was, da geht noch was. Also, läuft dran. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2-1 in die Pause. Nach der ersten Hälfte liegen sie zurück. Der Grund dafür liegt vor allem in der Defensive. Das Game noch holen. Die Verteidigung war der Unsicherheitsverkauf. Ich habe auch offensiv vorgestellt, eingesteckt. Vielleicht eine Aufstellung was ändern. Beide ist echt, ey. Nein, die Scheißaufstellung. Keine Spieler habe ich da nicht. Ich muss das komplett ausnutzen, die Ladezeit, oder was? Und jetzt geht's hier weiter. Es geht heiter weiter. Ich muss auf Offensiv gehen. Ich habe aber keine Abwehrhäuser. Weg, 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 weg. Das könnte der Gelegenheit werden. Er ist zu lahm. Oh, und schießt seinen eigenen Macker ab. Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich, er vergibt die Chance. So ein Spielerfehler wieder, ey. Kack. Nice. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Hä? Er gibt abseits. Hm. Halt zurück, sonst ist der Ball wieder weg. Geh mir bei. Dass du schlau war. Er hat den Ball nicht richtig angebracht. Jetzt vielleicht. Komm. Er hat nicht geschossen, er hat nicht geschossen. Ist das dein scheiß Ernst? Ja, Ausgleich. Und sie haben den Ausgleich. Es war richtig so ein Gammeltor, aber drin ist drin. Soll ich natürlich auch noch den Sieg holen. Klar, bei Uses Team. Das ist meine Halbzeit. Oh, ab. Nein, und da steht da keiner mehr. Und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Na, offside. Okay, ich sehe nur, irgendwie einer frei ist, kommt auch keiner. So versuchen. Hä? Okay, gehen wir mal eben zum Gegner hin. Was nicht so geil ist. Ich wollte gerade sagen, nichts Dummes machen wir jetzt. Freilaufen und Abfahrt. Kommt. Oh, zu weit vor. Ach Mann. Komm, da gibt noch was, Jungs. Ja, jetzt hin da. Hat den Ball immer nicht abgenommen. Komm, alle rauf da, alle rauf da. Er rennt vorbei. Das war ultra wichtig. Ja, da passiert sowas wieder. Er kommt an den Ball. Ja, nice. Ich kann ja nicht nur mit Steilpass spielen, damit die Bälle auch ankommen. Ach, schade, ach, schade. Drum Standards. Kriegt man eigentlich gut hin. Standard. Ja, da steht keiner. Hm. Gleich wieder A-Tagel. Da ist der Ball weg. Da ist der Ball weg, ja. Ach Mann. Ab. Wann muss der denn durchgehen? Warum ist der durchgekommen? Und da holt er sich den Ball. Leibold. Oh, ich wusste, dass das passiert. Ganz klar. Da muss er Freistoß balken. Freistoß? Warum? Egal. Solange ich Freistoß habe. Mustafi. Diegmeier. Wird das eine Torchance? Ah, wie dumm. Wie dumm. Bäh. Na, aus. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Kann er so weit werfen? Nein. Gut aufgepasst und abgefangen. Fuck off. Das ist doch schon wieder... Wieso ist der... Ey, der waren so viele Abwehrspieler. Also, nicht Abwehrspieler, aber so viele Spieler. Und der kommt durch. Oh Mann. So verkacktes Game. Und er bewahrt sich hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Ah ja, genau zum Gegner, ey. Wie wohl. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Wichtig, den Ball hat er sicher. Auf sicher, sicher. Oh komm, der... Theoretisch könnte er die Ballons verlieren, aber er fängt sich wieder. Oh, nee. Oh, nee. Fablos Arabiha. Oh, leck mich, ey. Dem hierbei. Na komm, gleich weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, aber weiter. So, man. Ja. Boah. Heftig. Der Kerl. Genau, genau so muss das weitergehen. Das Tor doch noch. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Leider auch von seiner Seite. Ganz locker floppig spielen. Und zwar nicht so... Es ist viel zu viel hier vorne. Ja, am besten... Boah, super. Ja, komm. Weg, 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 weg. Nice. Noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. 5 Minuten nur noch. Boah. Ja, wieso weiter schießen sollte er nicht? Super durchgesetzt. Geht er rein? Nein. Aber es geht weiter. Bella Arabi. Tja, wenn es drauf ankommt, scheinen ihm die Nerven zu übersagen. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Das hier ist kein normales Spiel, keine normale Situation. Das ist eh keine normale Situation. Äh, ach so, das wieder. Die ist passend, ey. Klasse Tackling hier. Sag mal, wo passt ihr denn hin, ihr Schli? Dann können wir auch mal ein Zeitspiel machen. Ja. Verkrampftes Match noch gewonnen. Das ist der Schlussfeld. Das ist der Schlussfeld.